Hey Skatfreunde, heute wollen wir uns einmal intensiv diesem luxuriösen Alleinspiel widmen und ich höre euch schon fragen, Moment mal, was soll denn an dieser Hand groß zu analysieren und zu besprechen sein? Die Antwort ist erstaunlich viel und es gibt auch einen gegebenen Anlass, denn bei der Endrunde der Deutschen Einzelmeisterschaft vor wenigen Wochen soll genau dieses Blatt verloren worden sein. Das ist krass und ich gehe mal davon aus, der Spieler hat mindestens so laut geschrien wie Pfeffi hier, als das Krümelmonster kam, aber wir sind natürlich nicht hier, um den Spieler zu bemitleiden, sondern wir wollen hier einmal hinterfragen, ob er hier erstens ein vertretbares Risiko eingegangen ist, denn offensichtlich hat er Grang gespielt und nicht den unverlierbaren Peak und zweitens, wie hoch ist die Gewinnchance für diesen Grang? Spielt ihr den und wenn ja, wie müsstet ihr ihn vortragen, um die Gewinnchance zu optimieren? Ein paar weitere Informationsspieler war in Vorhand, es gab keine Gegenreizung, was gefunden, was gedrückt wurde, ist nicht näher überliefert. Wir gehen im Sinne dieser Analyse vom Worst Case aus, also kein voller, kein Bild, einfach zwei Luschen gedrückt. Und während ihr euch vielleicht mal ein paar Gedanken macht, wie ihr diesen Grang, wenn ihr ihn denn jetzt spielen solltet, vortragen müsstet, gebe ich noch mal ein paar extra Informationen bekannt. Alles, was ich hier erzähle und analysiere, ist gar nicht auf meinen eigenen Mist gewachsen, sondern ich habe das Ganze gefunden im 32-Karten-Forum, beziehungsweise ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es da diese interessante Partie gibt und gebeten, mal mit einem Video das Ganze näher zu erläutern. Was ist das 32-Karten-Forum? Wenn ihr das noch nicht kennt, unbedingt mal ausprobieren, sucht das mal, registriert euch mal. Das ist eine Fundgrube, da sind tausende Partien in allen möglichen Schwierigkeitsstufen, die intensivst besprochen werden und wurden. Ihr könnt da auch eure eigenen Partien einstellen und ja, wenn ihr das mal öffnet, im Bereich kniffliges unter dem Threadname, wie trägt man das Spiel vor, ist das hier gepostet worden und auch schon intensiv besprochen und letztlich gelöst worden. Ich gebe insofern nur das wieder, was ich hier im 32-Karten-Forum vorgefunden habe, aber es ist ausgesprochen interessant. So, wer nochmal nachdenken will, letzte Chance, auch das Video zu pausieren. Für alle anderen, 3, 2, 1 und es geht los. Es gibt ja Stimmen, die da sagen, wer den Grang spielt, ist selber schuld. Einfach den Pik mit vieren Schneider oder Schneider-Schwarz spielen. Grang spiele ich nie, kann zu leicht verloren werden, wenn die anderen gut spielen und so weiter und so fort. Wer das sagt, der kennt wahrscheinlich nicht die gesamte Lösung, beziehungsweise der kann wahrscheinlich die Gewinnchance von diesem Grang nicht korrekt einschätzen. Wie habe ich es im Forum am Ende gelesen? Die Gewinnchance beträgt 99,99 Prozent und das ist also so dicht an theoretisch unverlierbar, wie es nur möglich sein kann. Und wie kommen wir zu dieser Einschätzung, beziehungsweise wie muss der Vortrag sein, um das zu erreichen? Wir können zunächst mal einmal rechnen, ist das Spiel, also wie kann das Spiel überhaupt verloren werden, wenn wir auf unsere drei Abgabestiche die maximalen Augen verlieren. Pik 10, Pik Ass, ein Ass geschmiert, 32, Pik Dame, Pik Lusche, das andere Ass, 46, Karo König, Karo Dame, eine 10, die anderen können 63 Augen maximal auf diese drei Stiche bekommen. Das heißt, sie haben die Pik Dame im Endeffekt sogar über, aber sie haben auf keinen Fall die Pik 10 über, wenn sie die Pik 10 nicht bekommen, können sie eben nur 57 machen. Und die Karten, die natürlich jetzt hauptsächlich relevant sind, wie es Press stehen kann, sind natürlich die Karos und die Piken. Aber wir wollen jetzt natürlich gegen alle möglichen Verteilungen schauen und nicht nur gegen eine konkrete Verteilung. Deswegen decke ich hier mal alles auf. So, wie muss das Spiel gestartet werden? Ihr könntet tatsächlich mit einem Buben starten. Ihr könntet auch zwei Bubenzüge machen. Ich würde das aber nicht empfehlen, weil es euch einen stehenden Sieg in gewissen Verteilungen direkt wieder verwehrt, also diese 0,001 Prozent ein wenig wahrscheinlicher macht. Karo Dame bietet sich nicht an. Wenn Karo zu viert steht, ist es für die Gegner halt super leicht. Da wird ein Ass geschmiert, wupp, und danach Karo zurückgespielt und schon muss dann nur noch Pik auch alles in einer Hand sitzen. Schon ist es passiert. Pik 10 verbietet sich aus dem gleichen Grund. Wenn die vier Piken in einer Hand sitzen, macht ihr es zu leicht. Die Pik 10 wird dann sofort eingesackt. Dann fallen die 32 und ihr könnt eben leicht verlieren. Pik König ist es das Gleiche. Der würde einfach laufen gelassen und ihr macht die Tür sogar ein Stück weit auf, gegen Pik 3 zu 1 zu verlieren. Karo As 10 sind es entsprechend auch noch nicht, sondern es ist tatsächlich die Pik 8. Und wenn ihr die Pik 8 spielt, dann habt ihr schon eine Chance von über 95 Prozent auf einen stehenden Sieg. Denn ihr könnt das Spiel jetzt wirklich nur verlieren, wenn vier Piken in einer Hand sitzen und wenn die vier Piken auch noch rechts sitzen. Denn wenn die vier Piken links von euch säßen und es fällt dann Pik Dame und ein Ass, dann sind die Gegner ja, wie wir festgestellt haben, gezwungen, einen Zwischenzug zu machen. Denn sie brauchen die Pik 10. Sie können also nicht Pik oder Karo nachspielen. Und das ist bei der Pik 8 der Öffnung eben sowieso der ganze Grund. Auch wenn alle, warum die Pik 8 die stärkste Karte ist. Egal, wo die vier Piken sitzen, die Gegner müssen jetzt einen Zwischenzug machen und der bringt euch ins Rennen und gibt euch die Möglichkeiten, das Spiel in eurem Sinne zu steuern. So, nach 14 Augen links müssten die Gegner jetzt mindestens einen vollen und ein Bild anbieten. Sonst könnt ihr einfach Karo Dame abwerfen. Wenn ein Voller und ein Bild auf den Tisch kommt, würdet ihr stechen. Pik König spielen, der müsste wieder getaucht werden. Pik 10 spielen, Pik 10, Pik Ass, Herz Ass meinetwegen. Und dann haben die zwar schon 46 Augen liegen, aber es ist nur noch ein Voller im Spiel und ihr sitzt in Hinterhand. Das heißt, ihr bekommt und kontrolliert den letzten Vollen. Ein Einspiel in Pik ist nicht mehr möglich. Karo dürfen sie auch nicht spielen. Sie müssen also diesen Vollen auf den Tisch legen, sonst schmeißt ihr Karo Dame ab. Und wenn der Volle liegt mit dem Bild, dann stecht ihr und sie können nur noch drei Bilder bekommen. Deswegen könnt ihr überhaupt nur verlieren, wenn der erste Stich etwa so ist. Das heißt, die vier Piken auf dieser Seite sitzen. Und wenn das der Fall ist, dann reicht es den Gegnern jetzt natürlich nach diesem ersten Stich ein Bild auf den Tisch zu legen. Das dürftet ihr logischerweise nicht verweigern, sonst fällt hinten der Volle und die Gegner haben 30 oder 31 liegen. Und mit dem letzten fetten Stich in Pik ist das Spiel verloren. Ihr müsstet also hier stechen ein Bild. Und jetzt habt ihr erstmal wieder die Möglichkeit, den Gegnern einen Fehler zu ermöglichen, indem ihr den Pik König spielt. Der ist an dieser Stelle nie verkehrt. Aber vielleicht einfach nochmal von der Wahrscheinlichkeit, der ist hier nie verkehrt. Wenn da jetzt geschmiert wird, beziehungsweise wenn da jetzt mitgenommen wird, ist das Spiel sofort für euch gewonnen. Die Gegner müssten jetzt also nervenstark sein und diesen Stich jetzt erstmal verweigern. Und jetzt kommt eben das Geheimnis, mit dem ihr das Spiel löst, beziehungsweise zunächst mal brauchen wir wieder eine weitere Erkenntnis. Wenn die vier Karos auch in einer Hand sitzen, dann ist das Spiel für euch wieder gewonnen, weil ihr es steuern könnt. Für den ausgesprochen unwahrscheinlichen Fall, dass die vier Karos auf der rechten Seite sitzen, wo auch schon die vier Piken saßen, bekommt ihr das hin, indem ihr über Bubenzüge einen Zugzwang aufbaut. Für den deutlich wahrscheinlicheren Fall, dass die vier Karos links von euch sitzen, bekommt ihr das hin, indem ihr auch erstmal ein paar Bubenzüge spielt. Warum das wichtig ist, komme ich gleich nochmal zu. Indem ihr aber dann den Spieler links einfach einspielt. Karo Ass, Karo Zehn und dann Karo Dame, Karo König. Es geht wieder ein Voller rein. Die Gegner haben dann 32 liegen. Jetzt haben sie auch noch zwei Volle, aber ihr sitzt wieder in Hinterhand und mit diesen, sie brauchen beide Vollen. Entweder sie müssen sie auf den Tisch legen, dann könnt ihr sie stechen und wenn da nur ein Voller und ein Bild liegt, kann wieder Pik 10 abgetragen werden. Mit anderen Worten, mit offenen Karten würdet ihr das Spiel immer gewinnen, weil ihr seht, wo die Karos sitzen. Und das bedeutet, auch wenn Karo zu viert steht, bekommt ihr es immer raus. Leere Bubenzüge, komme ich gleich nochmal zu. Aber danach kommt das Karo Ass und ihr bekommt immer raus, wo der Karo König steht, wenn einer eben gar keinen hat. Und das bedeutet, ihr könnt das Spiel überhaupt nur für den unwahrscheinlichen Fall verlieren, dass Pik 4 zu 0 auf der rechten Hand steht. Karo entweder 3 zu 1 oder 2 zu 2. Und nachdem ihr jetzt diesen Stich hier mit dem Pik König bekommen habt und da auch noch kein Karo gefallen sein darf, weil dann bekommt ihr diese Information wieder, verdichtet ihr das Spiel mit Bubenzügen. Verdichten, ein super Begriff, den kannte ich noch gar nicht, habe ich aus dem 32-Karten-Forum, wo Benni das Spiel abschließend quasi, sagen wir mal, gelöst hat. Rainer hat es auch schon gelöst, aber von Benni kam hier noch dieses neue Vokabular dazu. Ihr zieht jetzt also leere Bubenzüge. Das ist euer Weg, um hier im Rennen zu bleiben. Und das Geheimnis ist, dass am Anfang wird natürlich erstmal ganz harmlos abgeworfen wahrscheinlich. Aber auf den nächsten Buben müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn jetzt nicht schon mal eine Karolusche irgendwo rausfliegt. Denn letztlich müssten die Gegner jetzt aus ihren starken Farben schon anfangen, Bilder dazu zu schmeißen. Und wenn da einer auf einer blanken Karolusche steht oder auf der Karodoppellusche, dann wäre es wirklich ein Wunder, wenn jetzt erstens schon auf dem Pik König noch kein Karo gefallen wäre. Und jetzt auf zwei Bubenzüge, die ihr euch leisten könnt, kein Karo weggefallen wäre. Denn nur dann habt ihr das Problem, dass ihr noch nicht wisst, wo und wie die Karos sitzen. Und dann müsstet ihr anfangen zu spekulieren. In dem Moment, wo hier irgendwo eine Karolusche gekommen wäre, könntet ihr eben jetzt mit Karo Ass fortsetzen und würdet jetzt sehen, links oder rechts, wo steht der Karo König. Wie gesagt, wenn er links steht, spielt er den Spieler ein. Wenn er rechts steht, könnt ihr dann also nach einem Stich, der etwa so aussieht, Bub Bub, wenn jetzt also tatsächlich der unwahrscheinliche Fall vorliegt, dass vier Piken und vier Karos in der gleichen Hand sitzt, dann könnt ihr jetzt einen Zugzwang erzeugen, indem ihr sogar noch den letzten Buben vorzieht. Und jetzt müsste der Spieler hier seinen Pik Ass entweder reinschmeißen, was er wohl nicht tun wird, oder er müsste den Karo König zu zweit auflösen, was er nicht tun wird, weil er dann auch nicht gewinnen kann. Also müsste er seine letzte unbekannte Karte dazu schmeißen und dann könntet ihr ihm im achten Stich mit der Pik 10 einspielen. Das bedeutet also, ich hoffe, ich habe jetzt alles dabei, was ich hier berichten wollte. Es bedeutet also, das Spiel ist wirklich nur zu verlieren, wenn die Ausgangsgegenkarte so ist, dass vier Piken auf der rechten Seite sitzen, Chance unter 5 Prozent und Karo nicht 4 zu 0 steht, sondern 3 zu 1 oder 2 zu 2 und die Gegner dann auf leeren Bubenzügen nicht eine blanke Karolusche abwerfen oder auf den Pik König nicht mitnehmen und letztlich also am echten Tisch ein Ding der Unmöglichkeit in der Praxis gibt es diesen Spielverlauf an sich nicht. Und daher unterschreibe und teile ich die Einschätzung von Benni 99,99 Prozent und diesen Gerang muss man von daher spielen. Das ist meine Einschätzung und ja, abschließend die Worte. Der Spieler bei der Deutschen Einzelmeisterschaft hat nicht diesen Verlauf gewählt. Es ist auch nicht bei mir ganz klar hängen geblieben, wie er vorgetragen hat. Ich vermute mal mit der Pik 10 gestartet, irgendwie so. Jedenfalls nicht mit dem optimalen Vortrag, denn wenn das Spiel gekippt wäre, ja, das wäre eine Sensation und das hätten wir gewusst. Von daher hoffe ich, dass ihr das genauso spannend fandet wie ich. Ich bin eigentlich viel mehr dran an dem Ding, als ich am Anfang oder als man leicht vermuten könnte. Krass schwer, das zu erklären, weil ich habe jetzt hier nicht gegen eine konkrete Verteilung argumentiert, sondern gegen eine Schar von möglichen Verteilungen. Und am Ende geht der Dank raus an den Spieler, der mich aufmerksam gemacht hat. Und noch einmal der Hinweis aufs 32-Karten-Forum. Da könnt ihr diese Partie und auch in aller Ruhe nochmal die logischen Schlussfolgerungen nachvollziehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wie immer gut bleibt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.